Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brot in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die ersten der dunklen Brot. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unermittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brot immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Dann kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige. Die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück. Und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brot wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei.